bring mal das gleich mal hier runter vielleicht kann ich so doch gleich entwickeln wer fabelhaft was habe ich noch gebraucht impact verstärker impact verstärker impact verstärker wo ist denn der wo ist denn der auch nur brauche munition und das ist das noch scheiße rohöl ach das wird ja mal gar nix hier aber zumindest kann ich hier ein zweites schiff machen mit dem zeug hier so du fährst jetzt mal hier hoch genauer gesagt hier hoch so sagen wir hier alles bauzellen habe ich werkzeuge habe ich stahl habe ich und ein paar geschossen achtung produktionsstillstand so wo denn ist mir grad echt egal was könnte mir glauben ich habe gerade andere probleme so jetzt bringe ich das ganze zeug mal hier rüber so wenn ich unten die flotte los stehe setze ich die mal außer gefecht kann ich den flughafen zerstören und dann stürzen die vor allem irgendwann von selber ab ich hoffe ich komme durch mit dem zeug wo jetzt ach so ist ja toll sagte mir aber früh so wenn ich die kohle nicht aus dem quark hol selber schuld ist klar ich hätte hier noch so ein so du kriegst imp-kanone sicher ist sicher so so registriere angriff auf eines ihrer fahrzeuge sie sind berechenbar sie versuchen nicht zu deaktivieren aber ihr vorhaben wird scheitern das glaube ich nicht so alarm registriere angriff auf eines ihrer fahrzeuge war eine schlechte idee der mit der imp-kanone ist der langsamste der nah super fahrzeug durch feindlichen beschuss vernichten fahrzeug im kampf zerstört 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 Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. So, jetzt hole ich die ganzen Flugzeuge hier runter. Muss ja auch sein. Warnung. Produktion gestartet. So, haben wir hier bald mal genug Zeug. So. Am Setz. Fahrzeug im Kampf zerstört. So, scheiße, ne? Hilft ja nicht. Kann man nicht nix machen dagegen? Ich hab hier schon wieder solche Geldeinbußen. Ich hab nur noch 16.000, verfluchte Axt. Ich reib hier zu stark meine Einheiten auf. Das ist jetzt scheiße. Fahrzeug fertiggestellt. So. Ne, nicht du, du. So. Das kriegst du. Das lag mal auf. Noch ein bisschen was, was wir brauchen könnten. Nö. So, fahren wir hier runter. Vielleicht können wir hier bald mal wieder richtig produzieren. Wäre vom Vorteil. Registriere neues Fahrzeug. So. So. Produziert ihr eigentlich da hinten schon Glas? Was? Nö. Wieso denn nicht? Ach so. Stimmt. Ja, deswegen werden die Leute schon wieder unzufrieden und geben mir weniger Kohle. Ist ja klar. Also, jetzt müssen wir wirklich mal intensiv gucken, dass wir hier auf einen grünen Zweig kommen. Sonst wird das hier gar nichts. Ja, die Flugzeuge sind auch schon hübsch im Arsch. Also, es funktioniert. Menschliche Individuen bedrohen meine Systeme. Ich kann das nicht dulden. So, und ihr werdet mitgekommen. Ah, doch nicht. Ich dachte, da kommt nichts mehr durch. Ihr Plan ist fehlerhaft. Sie können mich nicht stoppen. Ich brauche was gegen U-Boot-Einheiten. Ja, gut. Er hat sich verkrümmelt. Aber die U-Boot-Einheiten, die sind mein Ruin. So, ich glaube, ich stelle mich dann irgendwo hier hin. Dann kommen sie eh nach und nach mal vorbei. Hoffe ich. Wenn ich meine Flotte endlich mal wieder aufgestellt habe. Hallo, Glas. Hau sie jetzt endlich hin. So, Bauzellen werden produziert munter. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Vor allem, weil sie schon wieder so verfolgen hier. So. Wird hier schon wieder produziert? Nö. Ach so. Lässt der Wegen nicht. Bauzellen brauche ich wieder. Super. 30 solche Stahlträger. Haben wir noch Stahl? Ja, aber nicht viel. Aber hier dürfte noch jede Menge sein. Ja. Nee, du fährst erst hier hin. So, und das schnellstmöglich. Du kommst sofort hier wieder an die Werft. So. Führen wir wieder nur noch das Glas. Registriere neues Fahrzeug. Ich brauche wirklich Dinger, die, die gut gegen Flugeinheiten agieren können. Spiel gespeichert. Da sind die, glaube ich, am besten. Da gibt's wohl nix drüber. So, wenn ich hier mal das Glas herbekommen würde. Echos, äh, Glas, Glas, Glas. Fahrzeug fertiggestellt. Glas, 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 so. Aber jetzt. So. Jetzt muss aber die Produktion so richtig flutschen. Ach ja, ich wollte nochmal so ein Ding machen. Produktion gestoppt. So, Grundlagenforschung. IMP-Kanone. Ach so, hab ich nix mehr. Generator, Filteranlage. Äh, nö, hab ich nix. Das kostet so ewig viel Geld hier. Ökobilanz. Ja. Werte fallen. Das ist mein Problem. Das kostet mir Geld. So, jetzt muss ich nochmal gucken, ob hier alle Handelsrouten bedient sind. Hier ist ein Schiff unterwegs. Hier ist eins unterwegs. Ja. Es lebt auch noch. Gut. Schließen. Alter. So, gut. Ökobilanz. Werte steigen. Na, komm. Produzier Glas, Leute. Was denn das? Kampfdrohne. Aha, Wirkungsdauer. Cool, da haben wir zwölf Minuten. Perfekt. Das hätte ich auch vorhin mal einsetzen können. Okay.